Aber in diesem Moment ist mir Algero im Kopf gekommen und ich möchte an Algero dieses Lied bieten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wenn Sie eingeladen sind und ein Essen umsonst bekommen, dann kommen Sie und schreiben. Nachdem die Journalisten meistens zu 99% nichts von Musik verstehen, dann ist es ja so, dass die Intelligentesten einfach dann schreiben, wie das Licht war, ob es Sternen gab und wie viele Leute da waren, was ich für ein Hemd hatte und so weiter, oder die reden von sich selbst. Also die wollen ja beweisen, mit der Kapazität der Sprache bestimmte Sätze zu verwenden, aber die sagen dann nichts über die Musik, also über die Songs. Und dann habe ich ja dieses Lied geschrieben, Hear what I'm saying. Und dann habe ich das Lied. Und dann habe ich das Lied. Also nehme ich das Lied.